Der Raspberry Pi 5 ist aktuell wieder in größeren Stückzahlen verfügbar und wenn du einen kaufen möchtest, dann stehst du bestimmt auch vor der Frage, ob du jetzt einen Kühler dazu mitbestellst oder aber gar keinen benötigst. In diesem Video gucken wir uns an, was der offizielle Kühler bringt, ob du einen solchen brauchst oder ob es auch ohne geht. Wie so oft in der IT kommt es auf den konkreten Anwendungsfall an. Ein wesentlicher Unterschied beim Raspberry Pi ist, dass bei x86 PCs die Kühlung normal auf Volllast ausgelegt ist, das heißt man hat dort größere Kühlkörper und auch größere Lüfter, damit die, wenn der Prozessor 100% ausgelastet ist, das immer noch vernünftig runterkühlen kann, sodass der Prozessor sich nicht abschalten oder zumindest drosseln muss, um eine Überhitzung zu verhindern. Beim Raspberry Pi hat man sich dagegen entschieden und das, obwohl bereits seit dem Raspberry Pi 4 der Prozessor derart leistungsstark ist, dass er, um seine volle Last entfalten zu können, eine zusätzliche Kühlung benötigt. Der Gedanke dahinter ist, dass nicht hier den Raspberry Pi Vorkommen ausreizt und es vor allem nicht dauerhaft, der Zukunft ist auch auf die Umgebung drauf an, wie kühl oder warm die ist. Es gab daher schon für den Vorgänger eigene passive Kühler, die man für wenige Euro kaufen und einfach aufkleben konnte und wenn das nicht gereicht hat, dann noch die Möglichkeit mit einem Lüfter das Ganze aktiv zu kühlen, zum Beispiel mit entsprechenden Gehäusen, wo oben ein Lüfter verbaut ist, der auf die Bauteile bläst. Allerdings nicht als offizielles Zubehör, sondern bloß von Drittanbietern. Grundsätzlich neu ist das Thema also nicht, aber es hat sich beim Raspberry Pi 5 nochmal deutlich verstärkt, weil der Prozessor eben stärker geworden ist. Der hat mehr Leistung und in der Regel führt mehr Leistung auch zu einer höheren Abwärme. Das kann man im x86 Bereich schön beobachten. Noch vor wenigen Jahrzehnten hatten wir dort kleine Kühlkörper, kleine Lüfter und noch weiter zurück war das Ganze sogar ohne Kühlung möglich. Doch mittlerweile sind schon seit einigen Jahren bei stärkeren Computern für zum Beispiel Computerspiele, Videoschnitt und ähnliches, faustgroße Kühlkörper, teilweise noch größer, mit entsprechend großen Lüftern üblich. Machen wir es konkreter. Beim Raspberry Pi gibt es zweitermale Grenzen, die man kennen sollte. Ab 80 Grad Prozessortemperatur beginnen alle Raspberry Pis sich zu drosseln. Das heißt sie reduzieren ihre Leistung, damit die Abwärme ebenfalls zurückgeht und so eine Überhitzung verhindert werden kann. Eine zweite, noch stärkere Drosselung greift ab 85 Grad Temperatur. Wenn sich der Prozessor wieder abkühlt, dann werden diese Drosselungen auch wieder zurückgenommen und er kann auf voller Leistung operieren. Generell sollte man wissen, dass sich höhere Temperaturen negativ auf die zu erwartende Lebensdauer von Hardware auswirkt. Insbesondere dann, wenn die Hardware solchen höheren Temperaturen dauerhaft ausgesetzt ist. Zur Frage nach der Kühlung macht es daher Sinn, sich vorab Gedanken darüber zu machen. Zum einen, wie ist die Raumtemperatur, also die Außentemperatur, die hat ja auch einen erheblichen Einfluss darauf, wie stark ich so ein Gerät erhitzt. Und zum anderen auch überlegen, was möchte ich damit machen, fange ich bloß irgendwelche Sensordaten ein, die ich übermittle. Das verursacht nicht so viel Wärme, aber wenn das leistungsfähigere Dinge sind, dann sieht es schon anders aus. Insbesondere, wenn der Raspberry Pi irgendwo eingebaut werden soll, ist es wichtig, sich Gedanken darüber zu machen, wie man dort einen Hitzestau verhindert. Damit du einen Eindruck aus der Praxis bekommst, wie heiß der Raspberry Pi tatsächlich im Alltag bei verschiedenen Szenarien wird und auf dessen Basis für dich auch einschätzen kannst, ob ein Kühler für dich notwendig ist oder ob du darauf verzichten kannst, habe ich ein paar Messungen durchgeführt. Für jedes Szenario gibt es drei Messwerte, einmal der Raspberry Pi 5 ohne jegliches Zubehör, also wie er aus der Packung kommt, ohne Kühler, ohne Lüfter, ohne nichts. Dann habe ich auf dem Raspberry Pi 5 den offiziellen Kühler montiert, habe ihn aber nicht angeschlossen, das heißt nur die passive Kühlleistung von dem Kühlkörper gemessen, ohne den Lüfter. Im dritten Szenario habe ich dann den Lüfter angeschlossen, das heißt wir messen die Kühlleistung von dem Kühler und Lüfter. Die Tests fanden auf einem frisch installierten Raspberry Pi OS 12 in der Desktop-Edition mit 64 Bit unter Verwendung des offiziellen 5A Netzteils statt. Die Raumtemperatur betrug ca. 20 Grad Celsius, angeschlossen war nur ein Ethernet-Kabel für Netzwerkanbindung und ein USB-Stick für eine Bluetooth-Tastatur. Gehen wir direkt rein in die Auswertung meiner Messungen. Ihr seht hier auf der Y-Achse die Temperatur in Grad Celsius und auf der X-Achse die jeweilige Messung. Ich habe begonnen mit dem Leerlauf, das heißt ich habe das USB-PiOS gebootet, habe es 5 Minuten lang laufen lassen, ohne Programme zu starten, ohne Temperatur gemessen. Da haben wir ohne Kühlung knapp 50 Grad, Passiv 44,4, Aktiv 46,1. Das sieht jetzt widersprüchlich aus. Warum habe ich hier Aktiv eine leicht höhere Temperatur wie Passiv? Das kann theoretisch nicht sein. Praktisch liegt das daran, dass der Lüfter erst ab 50 Grad aktiv wird, das heißt unter 50 Grad ist der Pi immer passiv gekühlt, auch wenn der Lüfter angeschlossen ist. Und ab 50 Grad geht er dann stufenweise hoch, erst auf 30% Geschwindigkeit, dann auf 50 und so weiter. Vermutlich hat er hier also in dem Moment kurz nach Updates im Hintergrund gesucht oder ähnliches und ist daher kurz leicht in Temperatur gestiegen. Als nächstes habe ich mal den Chromium aufgemacht, bin auf YouTube, habe jeweils das gleiche Video von Anfang an gestreamt auf 1080p, habe das Ganze 5 Minuten laufen lassen und anschließend gemessen, wie heiß ist der Raspberry Pi. Ohne Kühlung sind wir hier mit 70,2 Grad schon ziemlich nah am Limit von 80 Grad, ab dann fängt er an mit Drosseln. Das kann an heißen Tagen hier also durchaus schon mit Streaming bei YouTube erreicht werden, eventuell auch wenn man noch höhere Auflösungen nimmt. Mit aktiver Kühlung sind wir da deutlich von entfernt. Knapp 20 Grad Unterschied ist eine Hausnummer. Auch Passiv sind wir aber schon gute 10 Grad unter dem Wert, wenn wir gar keine Kühlung haben. Das lohnt sich also, weil durch den Kühlkörper kann er die Wärme besser und leichter an die Umgebungsluft abgeben. Um Szenarien zu simulieren, die den Prozessor stärker belasten, habe ich jetzt das Ganze nochmal mit verschiedenen künstlichen Stress-Tests, also mit dem Stress-Kommandozeilen-Werkzeug ausprobiert. Zum Vergleich hier nochmal den Leerlauf als Maßstab, der habe ich von vorher übernommen. Jetzt habe ich mit Stress jeweils eben ein Kern nach dem anderen voll ausgelastet, heißt hier 25% ein Kern von 4, 50, 2 von 4 und so weiter. Der Test wurde jeweils 2 Minuten lang laufen gelassen. Danach habe ich kontrolliert, ob der Pei sich schon gedrosselt hat wegen einer drohenden Überhitzung. Bei 25% Last, da sieht man schon, dass es ohne Kühlung nochmal ein bisschen näher an den 80%, wie jetzt beim YouTube-Streaming. Bei 50% Last überschreiten wir die 80-Grad-Marke, wenn wir gar keinen Kühler verwenden und sind daher auch schon gedrosselt. Das heißt, ab hier steht nicht mehr die volle Last des Prozessors zur Verfügung. Das erklärt auch, warum der Temperaturanstieg hier bei der blauen Kurve ohne Kühlung vergleichsweise moderat, vor allem hier am Schluss, vonstatten läuft. Da ist er einfach schon in verschiedenen Stufen gedrosselt und kann daher eben auch nicht mehr so viel Abwärme zusätzlich verursachen oder soll es ja auch nicht, um sich eben vor Überhitzung zu schützen. Passiv nähern wir uns hier bei 50% auch langsam der thermalen Grenze. Trotzdem ist hier noch genug Luft, wir können Pei ohne Leistungseinbußen verwenden. Auch bei 75% geht das Passiv noch relativ knapp. Erst bei 100% Last, also alle Kanne voll ausgelastet, kommen wir mit der passiven Kühlung an das Limit, dass sich der Pei selber drosseln muss. Ist der Lüfter aktiv, dann hingegen haben wir auch hier noch ganz gut Luft, um zum Beispiel an heißeren Tagen oder generell in heißeren Umgebungen, dass der sich hier noch genügend runterkühlen kann. Der Lüfter, der fängt ab 25% an zu drehen. Hier überschreitet er ja die 50-Grad-Marke, ab der der Lüfter überhaupt erst anspringt. Hörbar ist er nicht. Das heißt, wenn man mit dem Ohr direkt rangeht, ist er hier noch flüsterleise. Das ändert sich erst hier bei den höheren Leistungstests. Vor allem natürlich hinten, da hört man den sehr deutlich, auch wenn im Hintergrund Geräusche sind, also dass es nicht ganz ruhig ist. Das ist bei so kleinen Lüftern immer so. Der Pei braucht also nicht zwingend einen Lüfter, aber sobald er unter Last steht, dann kommen wir doch der thermalen Grenze recht schnell recht nah. Schon vor 50% kommen wir hier also an die 80-Grad-Marke. Schon die passive Kühlung ist da deutlich besser. Damit können wir ihn fast bis auf Volllast ausreizen. Nicht ganz, aber damit kommen wir auf jeden Fall schon mal deutlich weiter. Das ist auch der Grund, warum ich bei fast allen Raspberry Pi 4s, die ich habe, zumindest Kühlkörper aufgeklebt habe, denn das ist schon mal deutlich besser in der Kühlwirkung als eben gar kein Kühler. Um ihn voll auszureizen, brauchen wir aber eben die komplett aktive Kühlung, wo dann auch der Lüfter hörbar wird. Es folgt bald noch ein anderes Video, in dem ich zum Beispiel zeige, wie man den offiziellen Kühler richtig montiert und was man dabei beachten sollte. Bis dahin findest du auch noch weitere Videos zum Raspberry Pi 5, dem Vorgänger Raspberry Pi 4 und auch anderen interessanten Themen aus dem Bereich IT und Technik sowie Gesellschaftliche auf diesem Kanal und auf uLabs.de. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche dir viel Erfolg bei deinen Projekten. Tschüss, bis zum nächsten Mal.